Hallöchen und Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us mit mir, den Thomas von Playgannon. In der letzten Folge hatten wir hier eine relativ große Schießerei. Jetzt suche ich, wie es... den Weg, wo es weitergeht. Ich meine, wir haben alle erschossen, müssten alle erschossen haben. Jetzt fehlt mir die Idee, wie es hier weitergeht. Ach, hier, Exit. Ist hier irgendwas? Nee, es scheint nicht so. Puh, puh, puh. Okay, hier waren wir schon drin. Ach so, hier, die Schränke können wir noch aufmachen. Vielleicht ist hier was drin? Jo, tatsächlich. Schrauben, sag ich schon. Zahnräder können wir immer gebrauchen. Falls wir wieder eine Werkbank finden, können wir ja unsere Waffen verbessern. Hier waren wir auch schon. Ja, die Frage ist jetzt, wo geht's hier lang? Ich schätze mal oben irgendwo, oder? Sonst fällt mir eigentlich auch nicht ein, wo wir lang könnten. Hier waren wir ja schon. Hier waren diese drei Typen, die wir abgeknallt haben, beziehungsweise ermordet haben. Ja, wir gehen nochmal hoch und gucken, vielleicht ist da ja wirklich irgendwas, was ich übersehen habe, irgendwie ein Weg oder sowas. Man weiß ja nie. Boah, das war wieder eine Schießerei, ey. Puh, puh, puh. Da ist auch noch ein Ausgang, vielleicht geht's ja da lang. Tatsächlich. Ich hoffe, in nächster Zeit kommen nicht wieder so große Schießereien. Weil es lange seitdem die Munition ausgeht. Wir haben fast wieder die gesamte Munition verschossen. Wobei, das Jagdgewehr hat noch sechs, also es geht eigentlich, es geht. Wir gucken mal, was wir wieder bauen können. Ja, Molotow können wir nicht bauen, aber wir können wieder eine Nagelbombe bauen. Das ist doch auch relativ gut. Ein Messer brauchen wir momentan nicht, haben noch zwei Stück. Pillenmäßig her können wir nichts verbessern. Gut, wir haben das meiste, was wir brauchen. Verbessert. Ich muss sagen, ich komme langsam ins Spiel rein. Das Ziel ist nicht mehr so wie in den letzten Vor... Wow. Ich mag auch die Gespräche, die manchmal zwischen Joel und Ellie sind. Da merkt man, das Spiel ist echt genial gemacht worden. Okay, es geht hier runter. Pass gut auf, wenn du springst. Pillen, sehr nice. Schätzungsweise geht es hier lang, was? So, jetzt vorsichtig. Man weiß nie, ob hier... Runter, 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 runter. Ah, ich wusste es. Das sind noch mehr. Los, schnell mit der Banker. Okay. Hauen wir ab. Okay. Die haben uns nicht gesehen. Okay, das ist doch... Vorteilhaft. Dann weiter so. Na komm. Ich suche erst mal nach Dingen. Ich wusste es doch, dass es sich lohnt, immer hier hinzugehen. Das Mädchen ist so dürr. Aber wir müssen nicht knien. So, gucken, was wir hier haben. Wir können noch eine Nagelbombe... Wir machen noch ein Messer und gucken, ob wir dann noch eine Nagelbombe machen könnten. Ne, können wir nicht. Und Rauchbomben habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ich glaube, momentan brauchen wir das auch ehrlich gesagt nicht. So, jetzt haben wir wieder einige Dinge, die wir benutzen können. Beziehungsweise Nagelbomben sind immer gut, wenn es mehrere sind. Was ich im letzten Fight leider nicht benutzt habe. Na, dann können wir jetzt rüber gehen. Ich schaffe den Sprung nicht. Äh, Ellie kann nicht schwimmen. Kommt sie bald nach? Da muss ich wahrscheinlich... Ah, da hinten ist ein Brett. Perfekt. Mal sehen, wo das hinführt. Runter. Die dürfen uns auf gar keinen Fall sehen. Haben die uns gesehen? Bitte nicht. Okay. Ich würde gerne sehen, wohin ich das Ding trage. Hier hoch, oder? Ich schätze schon, oder? Ja, perfekt. Achso. Jetzt musst du nur noch irgendwie hoch. Wow. Tschöne, Ellie. Was ist das denn hier? Achso, okay. Verstanden. Okay, das sah aus wie ein Kaffee. Oh, wie das stinkt. Ja. Nur Kaffee. Oh ja, nur Kaffee, ja. Okay, wo geht's weiter? Hier, oder? Hier, oder? Ja, da müssen wir wieder ein Brett holen. Ah, fuck. Ah, fuck, das Brett muss hier vor draußen, oder? Jetzt können wir noch wieder da hinschwimmen. Aber eine kleine Abkühlung tut ja eigentlich gut und so. Im sauberen Wasser, im Grün. Geht das hier rein, oder? Nein, oder? Nein, oder? Hä? Moment. Das will ich mir jetzt genauer anschauen. Ich schätze mal, da müssen wir lang, oder nicht? Aber wir können ja nicht ohne Ellie weiter. Wobei, wenn sie ein bisschen klettert, dann... Ein bisschen viel klettert. Puh. Okay, wieder ein Teil von einem Messer, ein paar Pillen, Klebeband, ein bisschen Weed. Das zeichnet wirklich wie ein Weed-Zeichen aus. Und... Verstecknotiz. Okay, oben geht's... Oh, doch, da geht's lang. Da, die Treppe hoch. Aber wir müssen Ellie irgendwie hier rüber bekommen. Die Frage ist nur, wie? Können wir sie nicht irgendwie Huckepack oder so nehmen? Oder dass sie schnell schwimmen lernt? Als wenn das jetzt wehgetan hat, Mann. Du bist auch... Jetzt haben wir wieder unnötig Leben verloren. Die Frage ist jetzt, wie bekommen wir sie rüber? Mit dem Brett oder nicht? Ah, das ist jetzt auch so eine Sache... Ups. Gegen meinen Popschutz... ...geschlagen. Das Ding müsste mir noch irgendwie reinbekommen. Ich meine... Wenn man jetzt ein bisschen logisch denkt und... ...das Ding quer reinlegt, dann... Ne, ich hab echt gar keine Ahnung, wie ich sie da rüber bekomme. So... Ah, wir trinken hier nicht. Meine Güte. Ach, ich vollidiot. Da geht's gar nicht lang. Ich weiß jetzt, wo es lang geht. Wir gehen einfach über das Brett. Wäre logisch, nicht? Aber wir gucken trotzdem mal oben nach, ob da irgendwas ist. Vielleicht sind da ja noch einige Dinge, die wir gebrauchen könnten. Ah, hätt ich mir auch denken können. Verliere ich jetzt wieder Leben, wenn ich hier runterspringe, oder? Okay, diesmal nicht. Das ist Spiellogik hoch 9. Ja, jetzt geht's hier rüber. Okay, hätt ich mir auch denken können, hätt ich mir auch denken können. Aber das gehört auch zum Spiel dazu, finde ich. Zu einem Let's Play. Das Let's Play ja auch irgendwie, wenn es blind spielt. Den Weg sucht mit den Zuschauern. Es kann zwar langweilig werden, aber man kann's auch überspringen. Alles klar, Ellie. Komm runter. Edel. War noch etwas für dich? Bevor alles scheiße war, meine ich. Kombination. Kombination. Was? Das ist ein Save. Hä, kann man hier auch Kombinationen für ein Save finden? Sehr genial gemacht. Die Frage ist nur, wie betätigt man das dann? Okay, scheint nichts zu sein. Und da ist ein Fahrstuhl gewesen. Hier im alten Hotel. Wir gucken einfach mal da nach. Vielleicht... Äh, da ist ein Automat. Okay. Ratten, lecker. Und wieder einige Dinge, die wir aufheben können. Ach, ich vermisse Kaffee. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. So 20 Jahre oder vielleicht auch ein bisschen kürzer. Na, die Frage ist jetzt, wir kommen wieder hoch. Vielleicht müssen wir irgendwo eine Leiter suchen oder sowas in der Art. Hier geht's nicht lang. Ellie, wo bist du? Vielleicht hat sie schon eine Leiter gefunden. Gefunden! So. Drücke, Dreieck zum Platzieren. Werden wir doch direkt mal machen und hochgehen. Und jetzt doch. Ich hol schon mal meine Waffe raus. Man weiß nie in so alten Hotels, was hier so los ist. Okay. Wahrscheinlich geht's hier lang, was? Oh Mist. Runter, runter. Oh, fuck. Wie viele sind das jetzt? Fünf diese Woche. Kein Grund, sich zu beschweren. Mist. Noch mehr von denen. Kacke aber auch. Also packen wir es an, ja? Okay, wie auch immer. Wir müssen den Bogen jetzt benutzen. Früher oder später wird es Zeit, dass wir den benutzen. Psst. Okay, geht weiter weg. Ich bin nicht da. Ich bin nur eine Illusion. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Oh shit. Fuck. Sind die wirklich so blöd, oder? Lass mich los, du Mongole! Komm, ich hab keine... Scheiße! Bam, bam! Bam, 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 bam! Scheiße! Ach, Mann, ich kann auch nichts leise anstellen in diesem Spiel! Komm her! Da kommt ihr doch her, Mann! Ich puste denen einfach die Birne weg, wenn die hier reinkommen! Das ist immer eine gute Taktik! Hier kann man schön campen! Pot, 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 pot... Ja, die wissen doch, wo ich bin! Kommt doch einfach her! Ist ja nicht so, als wenn ich euch an der Tür erschieße! Verdammt! Er hat schon! Er wollte es so! In die Hüfte geschossen! Muhahahahaha! Hier liegen einfach mal drei Leichen! Ich find' gefallen an dem Spiel und dass die so dumm sind, dass die hier immer so reinkommen! Ohne Waffen sogar der eine, der war mutig! Der hat den Nobelpreis verdient! Oh Mann! Ich kann doch auch nichts dafür, Mann! Ja, komm rein, komm rein, komm rein! Ich erwarte euch! No shit, Sherlock! Ich bin hier drin! Boah, wie ich einfach mal eiskalt campe! Hahaha! Und wie viele da einfach mal liegen und die sind trotzdem so blöde und fallen immer drauf rein! Ah, fuck! Ah, fuck! Oh, Mist! Einmal dann... Oh, oh! Ehrlich, mach mir keine Angst! Oh, Mann! Gibt's hier noch welche oder waren das alle? Geh hier einfach mal liegen! Ich find' das genial! Und wieder ein bisschen Munition haben wir hier geholt! Hier ist keiner mehr, oder? Perfekt! Okay, ich muss schon sagen, es hat sich einigermaßen gelohnt hier rein zu gehen! Ich schätze mal, hier geht's doch lang, oder? Wie viele denn da einfach mal liegen? Das scheinen auch alle gewesen zu sein! Na gut, die Schüsse konnte man auch nicht überhören, was? Und wieder ein Lumpen! Sehr nice! Okay, mal gucken, was hier noch so ist! Soll ich fragen, oder? Ich frag' lieber nicht nach! Ist hier was drinne? Ne, leider nicht! So! Hier geht's raus, schätzungsweise! Jo! Liegen hier noch ein paar Sachen! Jo! Das können wir noch mitnehmen! Das können wir noch mitnehmen! Baseballschläger! Wir haben eine Eisenstange! Ist sogar noch besser als ein Baseballschläger! Wir machen Molotow-Cocktail! Gucken, ob wir noch ein Medikit machen können! Leider nicht! Uns fehlen immer die Lumpen! Wir können noch ein Messer machen! Oh, können wir doch nicht! Haben die maximale, äh, Dings erreicht! Alter, das läuft momentan echt! Gut! Muss man so sagen! Bis auf die Waffe! Leider hat die keine Munition mehr! Geht's hier weiter, oder? Ist hier sonst noch irgendwo was? Was man aufheben könnte? Oh! Da oben! Ist hier noch was in der Schublade drin? Nein, scheint nicht so! Deswegen, wir einfach mal nach oben gehen und hoffen, dass wir diesmal nicht unsere Kampan finden! Zahnräder! Zahnräder! Nice! Zehn Stück sogar! Heißt, wir können bald wieder, wenn wir sowas finden, unsere Waffen verbessern! Können wir direkt wieder Medikits herstellen, was wirklich wichtig ist! Drei Bomben hier von drei Messern! Das läuft momentan echt gut! Schlecker! Oh, schrecklich! Oh! 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 Fuck! Scheiße! Das für eine XXL... Folge! Fuck! Die haben uns bemerkt! Die haben uns bemerkt! Ich hab ne Geisel Ne Lasst mich in Ruhe Können wir weiter reden Das Nachladen dauert so ewig lange Der ist weggeflogen Scheiß Molotow Cocktailwerfer Wir konnten Molotow Cocktail noch abziehen Ich lade schon mal lieber nach Da ist noch einer Die sind ganz schön viele Gut Ellie Hä Wo steht der denn Hä What the fuck Können das alle gewesen sein Die Fläche ist mir eindeutig zu groß Die haben wieder gecampt im Badezimmer SJTP Geht einfach mal hier rein Ich glaub hier war Ne hier waren wir tatsächlich noch nicht So hier wieder einige Dinge Und was ist das hier Ein Backstein Und wir nehmen wieder Medikit Das können wir gebrauchen Ups Das war mein Handy Ich wollte kurz gucken Wie lange die Aufnahme schon ist 25 Minuten Hier ist aber niemand Hier ist aber niemand Komm 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 Joey du bist strong Mal sehen wo wir landen Das wird ganz schön eng Aber Na komm Mit Sicherheit mussten wir hier drauf Die Frage ist wie kommen wir da hoch Was jetzt Upsi Hä vielleicht Ne Sterben wir Naja ich würde sagen Darum kümmern wir uns in der nächsten Folge In der heutigen Folge haben wir wieder einiges erlebt Ein paar Schießereien mit Menschen Und ja wir gucken einfach mal Wie es in der nächsten Folge weitergehen wird Und wir sehen uns In der nächsten Folge Bye Bye